Kommen wir zurück zu Let's Play Segnetze zu 3. Ohne Umschweife machen wir weiter und gehen zum Gottbeast des Mondes. Ja, die Todschwitze, wo ist es denn? Es gibt Pistole anerscheint. Man hört es. Und ich werde das mal nutzen, um uns vorzubereiten. So, erst mal die Sie bitte mit Abwehr auf. Und, ich mach den Punkt auf mich. So, die Sie wieder. Der Rauf auf mich. Und dann noch auf Durant, bitte. Aha, da taucht's auf. Erstens, ich muss gleich geklauen. Auf geht's, die Sie. Noch Durant heilen. Kann ich schon angreifen? Ist das, dieses Gottbeast ist so verflucht groß, dass wir den Turm hinlaufen müssen, um uns überhaupt bekämpfen zu können. Kraft drauf auf alle. Also nicht auf alle, nicht auf mich. Ich hab da schon Kraft drauf. Und noch eine Kraft drauf. Auf Durant. Eigentlich könnten wir auch noch einen Geist drauf gebrauchen. Die Heilung. Also immer kein Boss. So, jetzt rauf auf mich. Halbsichtbarkeit. Uniger Zauber. Oh, hat ganz schön was gemacht. Rauf auf mich, dann darf ich nur noch nicht mehr heilen. Aber erst... Äh, Quatsch. Nach Lisi noch einen Geist drauf auf Durant. Und... Ich wollte ein Kraftwasser nehmen. So, ich glaub, ich werde nicht mehr fett, ich bin dann zu passen. So, ich glaub, ich werde nicht mehr fett, ich bin dann zu passen. Ich hab's nicht gebracht. Glück. Ich glaub, er fängt schon das Erste an. Nee, das war nur eine Attacke, die uns durch mich bewegt. Und Magie, das ist eine, die so ziemlich statusgebunden ist. Aua. Es wird immer schlimmer. Eigentlich, ich hab mir schon gedacht, dass hier was entstimmt. Wir werden uns jetzt lieber mal ein Items benutzen. Hier bekommt ein Monik. Und Durant und ich nehmen uns eine Schokolade. Wieso macht ihr nicht die beiden? Ihr habt eure Spezialattacken eigentlich. Dieser Ziegenwart hier erledigt. Oh, jetzt ist auch die Trefferquote runter. Haupp. Wir werden wieder von euch. Den müssen wir heilen. Am besten hatte. Hier kommt Monik. Oh, und ich bekomm mein Kraftwasser ab. Jetzt wird mein Glück über sich und ich mach mein Kraftwasser auf mich. Oh, easy. Du bleibst bitte an. Ich stehe jetzt, warum ich dieses Gottbeast hasse. Oh nein. Ich will nicht die BQ sein. So. Ähm. Ja, auf mich. Was tut er, dass ich gerade schütze? Na. Jetzt wird sich gar nicht mehr endlich. Aha, jetzt macht das. Eine Spezialattacke. Genau. Jetzt wisst ihr, warum ich das so hasse. Maximale HP runter. Oh, wir brauchen wieder die fische Heiltaktik. Ist eigentlich was gebrochen mit dem Geist drauf? Puh. Oha. Hm, naja. Hm, Durant legts. Die ist ja saufig, wie er festgelegt. Ich glaub, wir durern grad mal ein bisschen zum Heiler machen. So. Ich hab da nicht wieder seine Arme hier auf uns rüderschleudern. Ich seh's genau kommen. Puh. Ach, wenigstens nur eine getroffen. Ich will jetzt endlich treffen. Ach, das ist wieder eine Treffen. Juran hat das besonders schlimm getroffen. Hier bekommt ein Honig. Und Heilung auf Isi. Und Heilung auf mich. Ich möchte eine Schokolade genehmigen. Ich hoffe, dass ich's auch schaffe. Das ist zum Mist, wie die maximalen Kapierungen da sind. Ich kämpfe gegen dich bis zum letzten. Ich guck dir wieder seine Spezialattacke ab. Unsere Päse wieder normal. Das heißt, der Spiral-Mod ist ausgelaufen. Das bringt jetzt nichts, uns jetzt hochzuhallen, weil da könnte es sein, dass er es nochmal macht. Oh nein, jetzt hat er sich ne Mondklinge drauf. Das heißt, wenn er uns angreift, könnte er sich damit heilen. Das ist hier die Mondklinge. Juran ist dran. Oh, Isi hat ja kaum noch Energie übrig. Hm, wieso kann ich praktisch... ...die anderen? Wollt ihr zugeschlagen habt? Oh, ihr wollt mit Isi heilen. Ich glaub, er wird langsam... ...witt langsam müde. Ich denk die Isi heilen, ich find's wirklich cool. Jaja, wir heilen uns mal wieder der altrunden Taktik. Nur bei uns selbst, nur durch mich selbst. Ich könnte mir eigentlich wahrscheinlich mal wieder meinen Angriff zurückholen. Ich bin jetzt bestimmt, ähm, wieder niedrig. So. Nein, jetzt wieder... ...wieder auf mich. Ich muss mich wieder bei deinem Heiltrot behandeln. Ich hoff' ich jetzt noch... ...wenn das Letzte ist, was ich tue. ...wenn das mal... Oh, boah, das wird mir schon nicht umgehen. Spiralmond. Das heißt, wir werden wieder unsere maximalen Taktien nach unten gehen. Aha, seine Arme sind weg. Da ist auch erst erledigt. Klasse. Oh, sechs Weilungen. Ich werd' mich jetzt aber nicht weilen. Ich werd' jetzt erst mal leveln gehen. Aber erst mal speichere ich ab. Im Mondscheinwald. Wollt. Wollt. Ich bin nicht fein. So, das war's dann. Wir haben zwei Gottbiester besiegt. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich hab' euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare. Wem ich gut gefallen hab', da kann mir auch gerne ein Abo dalassen. Werden wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Da werden wir dann mal sehen, welche zwei Gottbiester wir als nächstes machen werden. Ich hab' jetzt vor, hier auf Nommersession immer zwei zu schaffen. Und ich werd' mich bis dahin natürlich auf Screen noch ein wenig leveln. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.